Warum macht man das, Alter? Warum? Oh, das ist ja schlimm, ne? Ja, was ein Loser, ne? Oh no! Ich erkenne eine Stimme, man! Das war der! Das war der! Das ist der Sinn! Willst du bitte rein, ne? Ich heiß Räune! Mit einem Zettler! So... Bleib jetzt nicht stehen! WUSCH! Sagen Sie mal, was soll denn das? Ja, ich hab dich mehrmals gewarnt! Schnauze halten und abhauen! WUSCH! Das ist ja Polizeigewalt hier, was soll denn der Scheiß? Nein, das ist nicht unser! Nee, das ist nicht unser Porsche! Aber wir hätten ihm gerne geholfen, den Porsche da weggeschoben! Das hätten wir wirklich gerne gemacht! Einmal bitte lächeln! Ja genau, dann gehen wir weg! Fotografieren, sonst zieht mir gleich die Maske auf und sie kriegen ne Dresche von mir! Was bringt Ihnen das? Was? Weiß ich nicht! Ey, Fiet! Guck mal bitte zu mir! Ja, ich werde ihr Gesicht zensieren! Boah, ich brate dir einmal eine rüber! Hoffentlich lernst du daraus! Was? Ich kiffe mir jetzt noch eine und dann gehe ich! Ja, ganz bestimmt nicht! Ja, wie jetzt! Ist illegal! Ja, aber... Äh... Okay, hab schon eine Hand! Ähm... Ich werde gerade angerufen! Sorry! Ah, ja, okay! Warte, Reiner steckt ein! Nein, warte mal! Nein! Das ist unsicher! Ja, Tomoya muss einfach auf der Tanke drausschießen! Ey, warte! 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 Nicht! Nein, nein, nein! Nicht! Hallo! Warte auf! Warte auf! Mach die Musik aus! Versteh nichts! Ja, Reiner, mach! Das tut einfach aus! Einfach nicht schon! Ich höre die Schwestern, die sind gerade da! Nein, einfach nur so! Warum?! Ich glaube, ich bin alleine, oder? Oh, das war schlecht! Ich will nur wissen! Die drohen uns und... Man sieht nur sie! Verstehen Sie? Aua! Ey, Kollegen! Ich hab hier kurz mal ein kleines Problem vom PD! Ihr spielt ein Herr in einem Auto! Ich sag mal... Mast senken! Kann das nicht? Ich kann die Marke nicht... für den Gruppen ziel in die Pizifien! Äh... Ich würde einmal... ... vor Ort kommen! Problem... Irgendwie kann ich kondisiviert erkennen! Fick die Cops! Ja! Fick die Cops! Ups, 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 sorry, 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 das war ich. Ich war da, sorry. Alter. Aua! Bitte helfen Sie! Bitte helfen Sie mir, bitte helfen Sie mir! Genau, Rainer, spielst nicht noch mal, das ist nur Strafe. Genau. Ich meine das ernst. Ja, Rainer, ich meine das ernst. Ja, ich warne ihn euch dreimal vor und dich auch, wo du drauf bist. Das ist pink. Steig doch ein oder hat den Weg direkt zugeschlossen. Warum geht das denn nicht? Ich habe mich die ganze Zeit aufgeschlossen. Ey. Oh, jetzt geht's. Was? Wie er das Synchron macht bei mir! Die fache? Ich wollte nicht gerade, also ich wollte eigentlich gerade bremsen, aber als ich auf... Ich will ein Feuerstarker sein, Würde mich immer lieben, Michael, wenn ich mich allein, Ist da einer von dich und dann ist aus, Außer was du wein, Ich lach nur noch zu mir, Ich will doch endlich lange sein, Dann frag ich auch dich und dir in allem mich, Ich will ein Wettbewerb und noch von den Sternen. Außenweg! Ja, und dann auf den Mühle komme ich nicht mehr weit. Soll ich fließt? Ja, wir schießen also beide. Die Huren sind da mal ein Reifen. Boah, die haben eine... Alter, die haben eine MG. Ja, die haben auch Tomoya umgebracht. Echt jetzt? Ja... Vielleicht keine Tür hat. Sind sie doch hinter uns? Ja... Dankeschön! Dankeschön! Ey! Habt ihr denn jetzt ernsthaft erschossen? Ja! Warum? Der hat mich gekillt. Verdient, Loser! Verdient, Loser! Also ein bisschen Salz noch so. War sie das überhaupt oder war es jemand anderes? Das war der. Oh, Entschuldigung, war extra. Hör auf! Aua, Aua! Ist mir scheißegal. Die Hände hoch. Mach das noch? Die Hände hoch, vielleicht. Richtig, ich such sie mal. Der Beifahrer aussteigen. Auch ans Auto. Darf ich jetzt wieder reingehen? Sie haben eine Pistole in der Hand. Ja, stimmt doch gar nicht. Sie klären sich gerade wieder an. Oh, nee. Richtig, such sie denn mal, gell? Nein, suchen sie nicht! Ah. Loll! Wo sind die denn jetzt beide tot? Ich hab das Feedback getroffen auch. Hä? Warte. Aus welchem Grund ist der Cop jetzt? Also, äh, ja. Rauben wir eine Bank aus. Das ist ja mal die erste großartige Idee von Tomayo. Ey. Und ich werde, ich werde fordern. Also, wer von euch hat jetzt noch eine Waffe? Ich. 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 Oh, da bin ich ja die Geisel. Ich muss noch was testen dann. Der Beifahrer geht, wie der geht. Wer ist das? Ey, wie kann man so ein ... Der hat uns jetzt wirklich geschafft, mich umzulegen, ne? Ganz auf jetzt? Ja. Ja, fahr den um, oder? Pass auf, der hat ein MG. Ist das der im grünen? Ja, der da vorne. Ja, was denn jetzt? Wen soll ich jetzt anfahren? Cops. Hier muss ich. Ich guck mal, ob ich die treffe. Sagt Tomoya. Und ich fühle mich jetzt so schlecht, Alter. Dicke Arme, mein Arme. Ah, Mann! Nein, nein! Gleich kurz davor, bis mach ich den Sound an. Fischsoße!